Hi. Aus diesem Grund schlage ich ein Tauschgeschäft vor. Die Lebensmittel und drei Schachteln Zigaretten gegen diese Axt. Sie haben ihn gefunden? Nein, noch nicht. Hallo. Er wollte zu einem Teambuilding-Seminar. Kein Internet. Martin. Musa. Ist das deine erste große Wandertour? Oh ja. Ja, meine erste Wandertour. Lebst du schon lange hier draußen? Ich lebe hier seit... Ein Jahr, oder? Nein, ich lebe hier seit... Zehn Tagen. Verstehe. Ja. Würden Sie sagen, dass Sie Eheprobleme haben? Nein. Wir Männer, wir sind eben nicht geeignet für ein... Für ein Zusammenleben. Bist du high? Ist er gewalttätig? Nein. Sie müssen bezahlen. Es ist nichts mysteriöses an Martin. Eine kraftvolle Ausstrahlung hast du. Einzigartig. Was macht er da? Weg von ihm! Leg den Bogen hin! Halt die Klappe! Was hat er denn da an? Ich weiß auch nicht, dass er entweder verrückt geworden ist... Ho! Ja! Ja! Oder er gehört zu einer... zu einer Bande internationaler Drogenschmuggler. Packt eure Gummistiefel und geht auf die Suche. Martin! Halt! Halt! Hi, Schatz. Ich habe gerade ein wichtiges Meeting, weißt du. Halt! Halt! Untertitelung des ZDF, 2020